Hans Dominik Der Brand der Chiobs-Pyramide 20 Jolante saß dem Fürsten Iraklis gegenüber an der anderen Ecke des Kamins. »Wenn man dich hört, Jolante, könnte man denken, du wärst dir der Größe deines Erfolges nicht ganz bewußt.« Nun, was war es denn groß, nachdem ich durch Lord Pembroke selbst auf die einfachste Weise hinter das Geheimnis der Sicherungen gekommen war? Halil Rifat war auf seinem Posten. Als ich zum Flugschiff zurückging, meine vergessene Tasche zu holen, half er mir eifrig beim Suchen. Wir waren ganz allein. Ich konnte ihm das System der Sicherungen gut und deutlich erklären. Den Kranken spielte er virtuos, mit den Reizmitteln, die er versteckt bei sich trug, hielt er sich beständig in hohem Fieber. Das Schwierigste, nachts zur verabredeten Stunde unbemerkt das Lazarett zu verlassen und in Montgomerys Räume zu dringen, gelang ihm glänzend. Er schaltete die Sicherungen aus, daß eure Helikoptere ihren Spähkorb in den hinteren Schloßrauf hinablassen konnten. Er legte Montgomerys Apparat hinein, der Korb wurde hochgezogen. Halil Rifat eilte zurück, stellte die Sicherungen wieder ein und legte sich wieder in sein Bett im Lazarett. »Die einfachste Sache der Welt!« Der Fürst lächelte. »Einfach! Du nennst einfach, was für jeden anderen eine harte Nuß, wahrscheinlich überhaupt unmöglich gewesen wäre. Selbst der Kalif zweifelte manchmal an der Möglichkeit. Er wird dir selbst seinen Dank aussprechen.« »Der Kalif?« »Ja, gewiß, er wird in diesen Tagen erwartet. So werde ich Gelegenheit haben, ihn zu sehen.« »Unbedingt, Jolante. Er will das kostbarste Beutestück selbst sehen, ehe es ...« Das Eintreten der Fürstin und Modestes unterbrach ihn. Er erhob sich und räumte seinen Platz der Fürstin. »Ich werde vielleicht schon heute genaueres über die Ankunft unseres Herren erfahren. Ich gehe jetzt zum Vortrag beim Prinzen.« »Könnten wir ihn nicht heute Abend bei uns sehen?« fragte die Fürstin. »Er wird vielleicht auch kein Näheres von Jolante selbst erfahren wollen.« Der Fürst zögerte, unschlüssig, mit einem Blick auf Modeste. »Ich weiß nicht.« Ein andermal, vielleicht morgen, unterbrach ihn Jolante. Kaum daß sich die Tür hinter dem Fürsten geschlossen, verließ auch die Fürstin den Raum. Eine Zeitlang herrschte Schweigen. »Willst du nicht hier am Kaminplatz nehmen, Modeste?« »Gewiß, Jolante, es drängt mich mit dir, über unsere Abreise zu sprechen. Ich habe deine Ankunft mit Ungeduld erwartet. Ich bin erstaunt, Modeste, so schnell bist du des schönen Madrid überdrüssig geworden. Ich glaubte, nach dem eintönigen einsamen Leben auf dem Thirsenhof würdest du dich hier ganz besonders wohlfühlen. Was mißfällt dir an dem Aufenthalt hier?« »Mißfallen?« Der Ausdruck ist vielleicht etwas zu stark, Jolante. »Ich möchte eher sagen, ich fühle mich nicht wohl hier. Mag sein, daß es der schroffe Wechsel zwischen dem Thirsenhof mit seinen kleinen harmlosen Freuden und der großen Weltstadt hier ist. Zweifellos trägt auch dazu bei, daß ich das Gefühl nicht loswerde, mich hier auf feindlichem Boden zu befinden.« »Spanien? Feindlicher Boden?« »Modeste, ich verstehe nicht.« »Gewiß, Jolante. Natürlich meinte ich nicht die spanische Bevölkerung, ich meine die Herren des Landes, die Mauren.« »Na, siehe da, die kleine Patriotin, fühlst du so ganz als Pan-Europäerin?« Jolante lachte hell auf. »Doch im Ernst, Modeste, du brauchst mich nicht so erstaunt anzusehen. Ich glaube genügend Einblick in die spanischen Verhältnisse gewonnen zu haben, um zu behaupten, daß die große Masse sich schon stark mit den neuen Verhältnissen abgefunden hat. »Weshalb wirst du spanischer sein als die Spanier?« »Du willst oder kannst mich nicht verstehen, Jolante, aber glaube mir, es dürfte nicht viele Spanier geben, die nicht den Tag herbeisinden, an dem die maurische Fremdherrschaft fällt. Und du selbst an erster Stelle?« Jolante stieß ein hartes, ironisches Lachen aus. »Hm, wenn das der Prinz Ahmed wüßte!« »Prinz Ahmed?« Modeste wandte ihr Gesicht ab. Vergebens suchte sie die aufsteigende Röte zu verbergen. »Du berührst damit eine Sache, Jolante, die mich seit einiger Zeit stark beunruhigt.« »Ah! Was ist das, Modeste? Wohl gar ein süßes Geheimnis?« »Jolante, ich bitte dich, scherze nicht mit Dingen, die wenig geeignet dazu sind. Höre mich erst an.« »Bitte, Modeste, ich bin aufs Äußerste gespannt.« »Prinz Ahmed steht, wie du weißt, dem Fürsten sehr nahe und kommt oft in dessen Haus.« Sein liebenswürdiges Wesen, seine einfache Schlichtart machten ihn mir zu einem, ich sage es offen, gern gesehenen Gesellschafter. »Später«, Modeste stockte in peinlicher Verlegenheit. »Nun später«, endete er sein Benehmen, oder was meinst du? »Ja, du sagst es. Ich verstand zunächst nicht und glaubte, mich zu irren, aber bald zeigten mir die Blicke der anderen, daß ich recht gesehen. Und was war es, was sahst du?« Modeste zögerte, als koste es sie, über Windung zu sprechen. »Der Prinz wurde in einer Weise vertraulich, daß es … es war klar, daß es sich um meine Kunst bemühte.« »Ah, endlich! Und was weiter?« Modeste starrte die Schwester fragend an. »Jolante, ich verstehe dich nicht. Du scheinst die Sache als Bagatelle zu behandeln.« »Keineswegs, meine Liebe, was du sagst, ist von größter Wichtigkeit und erfüllt mich mit stolzer Freude. Du, Modeste von Karskül, Gemahlin des Prinzen Ahmed, schon die Aussicht, ich muß dich beglückwünschen.« Jolante war aufgestanden und sie ihrer Schwester getreten. Ihr Arm legte sich schwer um den Nacken Modestes. »Und du, was tatest du?« »Ich übte die größte Zurückhaltung, suchte ihm zu verstehen, zu geben, daß seine Bemühungen umsonst, seinen Werben aussichtslos.« »Was, das tatest du?« »Unmöglich!« Jolantes Hand grub sich so fest in die Schulter Modestes, daß diese schmerzhaft zusammenzogte. »Jolante, was ist dir?« Modeste war aufgesprungen und schaute die Schwester fragend an. »Du bist erregt über?« »Über dein unglaubliches Verhalten.« »Gewiß, das bin ich.« »Du, du wärst imstande einen Antrag des Prinzen Ahmed Furat, das Bruder des Kalifen, zurückzuweisen?« »Bist du dir auch nur am entferntesten über die Tragweite deines Handelns klar?« Modeste hatte sich wieder am Kamin niedergesetzt. Ihre Stimme klang kühl und gelassen. »Ich bin mir darüber klar, daß ich keine Liebe für den Prinzen empfinde und daß Motive anderer Art mein Handeln niemals beeinflussen können.« »Modeste, du bist nicht bei Sinnen. Du willst die Hand des Prinzen zurückweisen? Die Hand, die vielleicht später einmal das Zepter des maurischen Reiches führen wird? Der Kalif ist ehelos, möglich, daß er es bleibt. Prinz Ahmed als nächster Agnath der presumptive Thronerbe. Das alles sollte dir gleichgültig sein?« »Jolante, du hast es selbst früher so oft gesagt, daß unsere Naturen völlig verschieden sind. Du hast wenig von dem Blute der Kasküls in dir. Du achtest immer mehr nach dem Geschlechte deiner Mutter. Für dich mag die Aussicht, Prinzessin Fuat zu werden, verlockend sein. Bei dir mögen alle Gründe, die dagegen sprechen, zurücktreten. Ich denke anders.« »Dein Denken und Fühlen geht wohl auf irgend einen livländischen Landjunker. Vielleicht gar hat schon einer dieser Braven dein Herz gewonnen?« »Dein Spott trifft mich nicht, Jolante. Ich bin nicht gebunden.« »Um so besser. Dann hoffe ich bestimmt, daß du dich besinnst, daß du nicht eine Chance von dir weißt, die sich dir in deinem ganzen Leben nie wiederbietet. Ganz abgesehen von seiner hohen Stellung, Prinz Ahmed vereinigt die höchsten Mannestugenden in sich.« Jolante schaute eindringlich auf das schöne Mädchen, das zart und hoch vor ihr stand. »Das leugne ich nicht, aber ich liebe ihn nicht, werde ihn niemals lieben können.« Ein harter Zug legte sich um die Lippen Jolantes. »Liebe, immer wieder das Wort. Ich dachte, in diesem Falle wären derartige, feinere seelische Essenzen überflüssig.« »Genug, Jolante. Du verschwendest deine Worte. Es wird dir nicht gelingen, meine Gefühle zu beeinflussen.« »Es liegt mir unter diesen Umständen daran, Madrid recht bald zu verlassen. Du wirst es begreiflich finden.« Jolante warf den Kopf zurück. »Dein Wunsch wird sehr bald in Erfüllung gehen. Ich sagte dir schon in Livland, daß unser Aufenthalt in Madrid nur vorübergehend sein würde. Wir werden jedoch nicht direkt nach England gehen, sondern für einige Zeit den Biarritz-Station machen. Meine Nerven sind nicht ganz intakt. Ich hoffe von dem wunderbaren Seeklima in Biarritz schnelle Erholung.« »Sehr schön, Jolante. Ich freue mich darauf. Doch denke nicht, daß ich damit meine Hoffnungen bezüglich des Prinzen aufgebe. Du bist jung, sehr jung, hast noch die Ideale der Jugend. Mit der Zeit wirst du lernen, kühler über seelische Affektionen zu denken. Heute kommst du dir noch groß vor, wenn du solche idealistisch klingenden Aphorismen aussprichst. Du könntest nicht ohne Liebe heiraten? Morgen wirst du darüber lachen. E.A. Reproductions